Wir probieren es mal mit der nächsten Musik und damit willkommen zu einer weiteren Folge Clash of Clans mit mir, dem Thorsten. Und ja, ihr habt es gesehen im Titel, Clanbogen werden überbewertet, denn unser Gegner hat keine Clanbogen gehabt, deswegen wird er auch verlieren, hier nahenlos. Ich gucke mal, wo ich noch zwei Eingriffe setzen kann. Ich kann noch mit dem 12er angreifen und noch mit einem 11er hier beim Clan Free2Play. Aber wir springen dann auch gleich noch zu einem anderen Clan. Aber ich denke, ich mache hier noch ein paar Sterne. Sterne sind nicht unwichtig. Deswegen mache ich den hier ganz unten. Wir haben nur noch ein paar Minuten Zeit und kann ich gar nicht mehr attacken. Ich habe alle Attacken hier gemacht. Oh, okay. Mit wem bin ich denn hier? Schief barfuß, okay. Toto vielleicht? Habe ich alle Attacken gemacht oder was? Toto hat hier auch keine Eins mehr stehen, ne? Oh, okay. Dann ist es glaube ich nur noch Alex. Alles klar. Dann nehmen wir den Alex und dann mache ich mit dem die Angriffe verpeilt auch noch. Macht ja nichts. Alles ist voll. Dann nehmen wir uns noch einen Hohn oder wir nehmen uns einen niedrigen. Ich meine, hier unten sind es noch zwei Sterne, die wir auch holen können und die ist ja wirklich mal mega Loody Base. Vielleicht können wir hier oben so ein bisschen mehr Loot holen. Hier vielleicht noch einen rauskitzeln. Ist schwierig. Ich bin mit Edrachen unterwegs. Ist schwierig. Und selber hat der Alex sein Gegenüber gar nicht gemacht. Mal gucken, wie das hier aussieht. Zweier Rathaus Adler. Aber der Rest der Dev ist sogar nicht so gut. Der Rest der Dev ist gar nicht mal so gut. Wie sieht das hier aus? Das ist da schon frei dran. Frei heißt aber nicht wirklich frei. Okay. Frei könnte aber frei heißen. Und frei heißt in diesem Fall frei. Ja. Den nehmen wir uns. Dann kriegt der Alex noch ein bisschen Loot hier. Und 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ich muss gerade eben mal umplanen. Warte mal. Aber wir haben gar keinen von denen hier. Warum eigentlich nicht? Ich muss die beiden hier wegplanen. Ich nehme trotzdem Gift mit, falls wir irgendwie blöde die Clanburg bekommen oder so. So 8, 8, 2. Also irgendwas wird der Alex hier verspendet haben. Habe ich das Gefühl. Aber egal. Wir gehen jetzt mal rein. Wir machen den Angriff. Dann springen wir gleich mal in den nächsten Clan rein. Und dann wisst ihr, warum ich meine, dass Clanburgen überbewertet sind. Ja. Oder hatte ich jetzt einen Zauber zu wenig? Ich hatte jetzt keinen Zauber zu wenig. Ich hoffe, dass ich jetzt keinen Zauber zu wenig hatte. Ich hoffe, dass ich keinen Zauber zu wenig hatte. Okay. Dann gehen wir mal rein. Ich habe hier eine Blimp mit, die allerdings auch mit komischen Sachen bestückt ist. Nämlich mit einem Drachen. Mal sehen, ob wir da den den bekommen wir. Bekommen wir den Multi nicht mehr. Okay. Aber wir haben einen Scattershot bekommen. Das ist nicht schlecht. Und dann bekommen wir hier unten auch den Royal Champion. Den kriegen wir auch. Perfekt. Nehmen wir hier noch einen Drachen. Hier nehmen wir auch noch einen. Dann gucken wir mal, dass wir hier Richtung Rathaus kommen. Mit den E-Drachen gleich. Entgegen des Fegers. Ich weiß. Entgegen des Fegers. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ich weiß, ich weiß. Den muss ich jetzt wieder fröhlich nicht frösten hier. Ohne Ende. Muss man den wieder frösten. Sehe ich jetzt gerade. Und nochmal, dass der mir meine Truppen da nicht wegpustet. Und das war es aber schon. Mehr muss ich den gar nicht frösten. Nehmen wir jetzt schon mal hier in Inwood. Beziehungsweise in Das muss ich da wegfrosten. Krieg den Adler noch. Oh, ich kriege den Adler. Ah, ich kriege den Adler nicht. Aber ich kriege das Rathaus nicht, oder? Ah, doch. Ich habe es bekommen. Ich habe es Rathaus doch noch gekriegt. Okay. 55, zwei Sterne noch mal dabei. Wunderbar. Oh, Mann ey. Äh, ja, Spannung, äh, Hochspannung pur. Ne, Hochspannung live. Ne, pur. Aber wir gehen jetzt gleich in einen Clan rein, wo das so gar nicht geklappt hat. Also war dann der Alex jedoch der letzte von meinen Charakteren, der noch einen Angriff offen hatte. Ich gucke mal, Alex schief barfuß. Jawohl, hatte ich doch schon gemacht. Im Livestream glaube ich. Und Toto hat auch gemacht. Okay. Hatte ich denn doch gemacht. Habe ich ein bisschen verpeilt. Aber egal. Dann schauen wir mal in den anderen Clan rein. Da wird es jetzt bitterböse. Ich weiß. Da wird es bitterböse. Äh, wo der Basti ist. Wo der Basti ist. Also Donnermängel hier himself. Und, ähm, ich habe noch einen Angriff offen. Mal sehen, wie lange wir noch Zeit haben. 23 Stunden 46. Okay, haben wir gar nicht angegriffen. Ist gerade wieder angefangen. Ja. Ich muss das ein bisschen belächeln, Leute. Ich weiß. Wie viele Angriffe? 8 von 15. Okay. 8 von 15. Und im ersten, immerhin haben wir im ersten Clan Krieg hier 14 von 15 angegriffen. Das ist nicht schlecht. Aber 8 ist schon mau. Jetzt gucke ich mal, wer das alles nicht war. Das war sicherlich, ähm, der Ray war es nicht. Der Iron Loyalty. Stoney ist überhaupt nicht da. Der war gestern auch schon nicht da. Warum auch immer. Der hat ganz viele andere Accounts da hier. Ihr seht das. Aber genau der, der war nicht da. Godfather ist jetzt auch raus. Donnerbengel hat nicht angetaggt. Tobi ist nur bei mir in den Streams. Greift auch nicht an. Und, ähm, hat aber gestern angegriffen. Chefkoch. Okay, das ist der von mir. Kekse. Den habe ich hier ganz spät mit reingenommen. Sanchez hat nochmal gefordert. Jetzt ist die Verbindung abgebrannt. Was ist denn los? Ja, aber wir haben auch, wir brauchen CC. Ja, wir brauchen CC. Wir haben keine Clanbogen voll. Ich würde sagen, wir haben gar nichts voll. Ja? Wir haben gar nichts voll. Wir können uns die Bases ruhig anschauen. Und, ähm, wir werden feststellen, dass wir wahrscheinlich, doch, wir haben Truppen drin. Doch, wir haben jetzt Truppen drin. Ich kann es gar nicht glauben. Wer hat es gemacht, Leute? In den ersten beiden Clankriegen hatten wir keine Truppen drin. Und jetzt haben wir hier durchgängig Truppen drin. Ich freue mich. Das geht doch. 30 von 40. Okay. Jetzt wird es schon Mauer. Jetzt wird es schon Mauer. 31 von 35. Aber in den ersten beiden Clankriegen kann ich euch sagen, Leute, da waren 0 von 0 drin. Und, ähm, also bei uns in den Clanbogen. 35. Okay. Da hat es mal wieder gepasst. Ich gehe mal eben alle durch. 31, 35. Da fehlt eigentlich nur ein Magier, ne? Ich habe aber auch selber hier nicht geschaut. Also da packe ich mich so ein bisschen an meine eigene, an meine eigene Nase. Ich meine, mit dem Donnerbänge kann ich ja ein paar Truppen hier spenden. So ist es ja nicht. Und, äh, vielleicht schafft der Chefkoch sogar auch noch ein, zwei Bogenschützen. Aber bisher habe ich, glaube ich, nur zwei Magierfehl gezählt. Ah, sieht doch gut aus. Und vermutlich hat, vermutlich hat sogar unser letzter hier, der Chefkoch, womöglich auch Clanburg und der Keks. Ja, guck mal. Mensch, geht ja doch. Was ist denn los, Jetzt habe ich extra so eine Folge gemacht, wo Lost Clanburg und CBs werden überbewertet und jetzt kommt ihr mir hier mit plötzlich vollen Clanburgen. Okay. Aber nicht mit vollen Angriffen. Das wird hier schwierig. Chefkoch muss auf den hier. Also, wir vergleichen immer ein bisschen den Gegenüber und der Gegenüber ist für mich viel zu schwer. Viel zu schwer. Wo ist er schon? So schwer ist er gar nicht. So schwer ist er gar nicht. Bis zum Rathaus könnten wir kommen und ich guck mal, was wir im Start haben. Eigentlich auch keine schlechte Armee, Leute. Eigentlich auch keine schlechte Armee. Ich habe sogar eine Karre mit dabei. Hat der Gegner denn eigentlich Clanburg? Lass mal gerade gucken. Lass mal gerade schauen. Ich glaube, ich habe da einen 1er Adler gesehen. 1er Adler, ja. Hat auch Clanburg, aber auch 35. Aber klein. Ey, sag mal. Was ist das? Achso, 41. Ich dachte gerade, das wäre eine... Ich habe echt gerade gedacht, das ist eine 4er Queen. Ich habe die 1 nicht gesehen. Okay. Könnten wir eigentlich doch machen. Lass mich mal eben tief in mich gehen. Also, ich gehe mal eben ganz, ganz tief in mich und gucke, dass ich mit euch den hier live mache. Denn abgestiegen sind wir wahrscheinlich ja sowieso schon 36 Sternchen. Naja, schwierig. Ich habe hier extra zu einer 15er aufgerufen. Dann kommen hier Leute rein, die hier ja kämpfen wollen. Ich habe es auch verpeilt. Ich sehe es auch ein und war jetzt heute Abend spät drin. Hab mal wieder nur an andere Sachen gedacht. Nämlich eben an den Clan Free2Play. Da musst du auch noch angreifen. Lass mich mal eben ganz tief in mich gehen. Mir einen Plan schmieden und dann machen wir den Angriff, denke ich mal, hier. Okay Leute, ich muss jetzt doch noch mal umplanen, denn ich habe die ganze Zeit mit dem Donnerbengel Account bin ich ja hier und habe jetzt eigentlich unten ja geplant auf den auf den kleinen 11er hier oder auf den kleinen 14er. Ne, stimmt gar nicht. Donnerbengel ist ein bisschen höher. Donnerbengel ist ein bisschen höher und der ist nämlich auf 7 gelistet. Aber ich glaube, ich kann mir vorstellen, dass wir die 7 machen können mit unserer Armee. Und zwar habe ich ja Packers ausgebildet. Ich habe jetzt die Bets weggelassen. Zwei Sterne reichen mir, ja. Und dann gucken wir mal, wie wir eigentlich diese Base hier schaffen können. Wir nehmen sogar den langen Weg. Wir nehmen sogar den langen Weg. Ich habe gar keine Lunes dabei, die mir so eine Falle mal auslösen oder sowas. Das ist aber nicht so schlimm. Das kriegen wir sicherlich kompensiert. Irgendwo hier vielleicht damit keine Ahnung. Wir nehmen mal zwei Bowler auf der Flanke hier, dass da ein bisschen was geht. Hier für die Bauhütte das Ding hier und ein paar Heiler für unsere Queen. Ich sehe auch, wir haben gar keinen Maubrecher. Brauchen wir auch nicht. Ist alles nicht so schlimm, Leute. Alles nicht so schlimm. Wir nehmen hier die Hexe. Wir nehmen das da rein. Wir nehmen den mit rein. Die Karre hier mit rein. Das muss jetzt halt nur relativ schnell fallen da. Fällt es auch. Okay. Da unten, das Kanönchen fällt nicht so schnell, wie ich es mir gedacht habe. Queen, komm noch zu uns. Queenie, komm doch einfach mal zu uns. So, da wird gegiftet und gefrostet. Was das Zeug hält. Also, hier muss ich jetzt wirklich alles geben gerade. Und schnell die Warden-Zündung. Mal sehen, das Ding hier ist auf jeden Fall kaputt. Der Wallwrecker fährt dann noch durch. Kommen wir noch mal in Woot. Hier passt auch. Hier unten nehmen wir den Fries. Am, am, ähm, ja, wie heißt er eigentlich? Wir nehmen den Fries hier unten. 63, 65 und vielleicht kriegen wir den Drachen doch noch down an. Nee, der hat uns gerade down gemacht, ne? Naja, egal. Da haben wir ganz gut gerettet, glaube ich. Haben wir trotzdem ganz gut gerettet. Single-Entfernung wird jetzt das braten. 70% auf die Base ist für mich absolut in Ordnung, auch wenn ich hier so ein bisschen hektischer war. Aber wir haben angegriffen hier. Das war wichtig. Wir hatten eine Clanburg. Der Gegner hatte eine Clanburg und jetzt haben wir schon zwei Sterne. Mal gucken wir uns mal den Angriff vom Gegner an. Nehmen wir mal mit. Der Gegner ist allerdings ein 14er, okay. Die Fehlzinger haben es im Moment bekanntlich mit E-Drachen und Drachen sehr, sehr einfach. Was ich auch nicht so toll finde. Denn jeder, der nicht wirklich angreifen kann, nutzt das. So, da habt das. Alle anderen nutzen Bodentruppen. Richtige Taktik. Da habt das. Ganz dicke. Aber wir hatten eine Clanburg drin, okay. Feger gibt hier alles. Ja, da ist er sich noch ein bisschen zu freien. Aber auch noch Betz hier. Die schickt da jetzt einfach mit. Hier rein. Und die werden aber im Flächenschaden sterben. Und in der Mitte, oh, die gehen alle nach außen, die ganzen Betz, okay. Aber hier in der Mitte muss auch noch ein Rathaus sterben. Noch ist es da. Ganz knappe Kiste, aber keine drei Sterne. Das werden keine drei Sterne auf den Zwölfer hier. Auf den Iron Loyalty. Das werden in jedem Fall keine drei Sterne. Das hat er nicht gut gemacht. Oder vielleicht doch. Ah, können die Helden das doch noch reißen. Zu zündende Helden, aber da in der Mitte tut mir leid. Da ist ein Adler, da sind zwei X-Bögen, die wandern jetzt gerade auf alles. Außen haben wir noch einen Bogenschützenturm, zwei Bombentürme jetzt für den King, den er jetzt auch zündet. Aber das ist auch nur ein gefugenes Fressen für die Bombentürme, denn die machen Flächenschaden an den kleinen Barbaren. Und damit werden das keine drei Sterne, also 14 auf 12 hat hier gelust mit allen Helden, mit den Pads und auch mit 5er Elektro-Dach. Stop, man kommt. Sehr schön. Man könnte fast von einer guten Dev sprechen. Okay, ich werde jetzt mal meine anderen Angriffe hier jetzt auch vorbereiten. In den anderen Clans bin ich ja erst für euch ab Mittwoch wieder am Start. Das müsste eigentlich auch so passen. Mal eben in den Klaren Herausforderer für euch rein, ob wir da wieder was live machen können, dann auch am Mittwoch. Hier passt das ein Angriff, aber wir haben auch den zweiten Clank gewonnen, sind aber trotzdem nur Zweiter, sehr ärgerlich, weil hier heute auch wieder zwei Leute einen Nicht-Angriffspakt hatten und dann passt das aber immer noch von den Zeiten her 23, 26 wir haben es jetzt 22, 14 also sollten wir in jedem Fall am Mittwoch, warte mal, das ist der Dienstag, der fünfte Tag ist dann der Mittwoch, ja sollten wir in jedem Fall am Mittwoch wieder ein bisschen Clash of Clans live machen auf Twitch also bleibt einfach am Kanal dran Beschreibung ist immer unten in der Beschreibung also der Link zum Kanal und ich würde mich freuen wenn wir uns dann sehen hoffe dass euch die Folge gefallen hat also Clan Bogen werden überbewertet oder auch nicht weiß ich nicht wir haben bisschen was live gemacht wir ein bisschen was gesehen ist immer ein bisschen was von allem dabei ich kann mich auch manchmal ganz ganz schlecht entscheiden was mache ich eigentlich aber was ich in jedem Fall weitermache ist Clash of Clans mit euch vielen Dank fürs Zuschauen bis dahin Bye bye euer Toto Clash